Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab zu Wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Ich glaube, das wird wild, ich glaube, das wird wild. Müllzong? Echt? Warte, ich bin gespannt. Boah, das ist, das klingt gerade gut. Klingt nicht schlecht, ne? Klingt nach höchste Kappan. Das klingt gerade gut. So ein Ding ist, also ich bin gespannt. Auf diesen Beaten muss er auch Joker holen und nicht Kapital. Das ist ein Psycho-Song, das ist ein Psycho-Song. Ihr werdet es jetzt sehen. Hä? Jungs, hä? Hä? Bisher ist es okay, Digga? Warum sagt ihr die ganze Zeit Müll und so? Okay, wir gucken weiter, wir gucken weiter, Digga. Müll vom Millionär, Millionär reingeschickt. Mach mal an, mach mal an. Volo de Oro, grüße, Brüder aus Perayda. Sie erkennt mich überall, als wäre ich Carlos Valderrama. So viel... Wer? Wer ist Carlos Valderrama? Wer ist das? Seid ihr so gesagt, sie erkennen mich überall, als wäre ich Kylian Mbappé. Aber das ist voll die Standardleine geworden mit Kylian Mbappé, ne? Ja, keine Ahnung. Wer ist Carlos Valderrama, Bruder? Zeug hab ich gemacht, nämlich Alben Kolumbianer. Schieß ruhig, regelmäßig Eigentor. Ja, ich... Doch, ue, Bruder... Fußball-Legende. Achso, ich kenne mich. Noch nie von denen gehört. Noch nie von denen gehört. Hat sich nicht gelohnt zu ficken mit den großen Jungs. Gar nicht mal so schade drum. Ha, ha, ha. Ja, die Autos sind auch... Ja, ich finde der Beat auch... Ich finde, der Beat ist schon cool, ne? Ehrlich. Ich finde, der geht jetzt nicht so auf den Sack. Seid ihr ehrlich? Ich bin mal gespannt, was Joe Kaffee... Ja, Joe Kaffee... La, la, la. Der will durchdrehen. Auf Psychosen mit... Ha, ha, ha. Im Hintergrund als Adlib und so. Du kennst doch. Ja, immer Gute. Du bist ne B***e wie Kitty Kilt. Der Brot on his fame, als 50 Cent. Ja, wow, 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 wow. Das geht doch nicht, Dicker, Bro. Okay, Alter. Hast du gesagt, der immer als... Boah, ho, 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 ho. Kann man sagen? Keine Ahnung. Fick mal als 50 Cent. Hättest du gesagt, der immer als Smoke Pupp, Dicker? Da hättest du verstanden. Bruder, da hat der 50 Cent nicht... Da heißt dann, oh Bruder, scheiße. Du willst ja nimm das persönlich, sagt doch. Alter, Alter. Sie wollen mich stürzen, doch ich schick sie alle, als wär ich der türkische Präsident. Sie wollen mich schissen, doch ich fixe sie alle, als wäre ich der türkische Präsident. Boah, ich habe heute gelesen, ne, Ello wollen wir Social Media in der Türkei verbieten. Oder ein bisschen einschrecken und so, ne? Ja, dann macht er schon mal hart. Krass, aber, krasselang, ehrlich. Weil ich rüberfliege, sag ich Bruderliebe. Ja! Was für Illuminati, ich bin die Spitze der Pyramide. Hahaha, ja! Okay, ey, das ist cool, also, okay. Digger, nein, Alter! Weil man sagt ja, er ist Illuminati geworden, weil sein Erfolg ist ja nicht normal. Er ist ja Nummer 1, was Platz 1 angeht, ne? Ja. Boah, Digger, Schürrl geht rein! Ich schwöre auf alles, geil! Ja. Ich finde es geil, ich sag euch ehrlich, es ist geil. Ich ficke alles wie Deutsche in Thailand. Digger, man kennt es, ne? Der Einwohner hat auch mal Kranzinger auf. Ich glaube, du wirst auch so einladen. In Zukunft, du wirst auch mal ab und zu Thailand sein, ne? Ich weiß aber nicht wofür. Egal, weiter geht's. Digger, ich schwöre auf alles, geil! Was labert ihr, Jungs? Kapital hat komplett kaputt gemacht. Auf Locker. Auf Locker gemacht. Auf ganz cool, Digger. Die Lines gehen rein, Digger. Ist das kleine Hunde? Wenn eure Kids das erste Mal am Joint ziehen, hören sie meine Mucke. Digger! Wenn eure Kids das erste Mal am Joint ziehen, hören sie meine Mucke, Digger. Also natürlich... Hast du bestimmt bei den ein oder anderen vorgekommen? Du sagst, Jungs, zieht keine Joints, nimmt keine Drogen, nimmt gar nichts, Digger. Ganz falscher Weg, alles ist ja gar nicht so, wie es ist, Digger. Aber die Lines von Kapital, die sitzen, die gehen rein wie Butter, Digger. Ich sag euch ehrlich. Digger, man muss einmal präsent sein hier, Joe Cabra, einmal kurz präsentieren. Auf entspannend. Ja, das Song geht vier Minuten, Alter. Was geht ab, Brata? Ich höre, ich liebe, dass er Kapital ist, er redet, Digger. Auf entspannend so seine Psycho-Sachen sagt und so, Digger. Hey, ich feier das, Digger. Ich schwöre, ich feier sowas, Digger. Du willst bescheuern, Wörter, Apoklin, Dalile. Wir haben in euren Mund gekackt. Uäh, Bruder. Digger, also Mund ge... Ja, falscher Weg, sag ich euch so, wie es ist, Digger. Ich schwöre, ich feier das richtig. Ich feier den Beat richtig. Ich feier das auch gut. Millionär sein Part, hm, okay. Aber Kapital, find ich, der war geil. Nee, das ist Joker. Joker? Ja, Joker, Capital. Fand ich auch, Rasur. Fand ich stabil, sag ich euch so, wie es ist, Digger. Rasur. Kaum nix mehr. Ja, ist nice, Digger, ist nice auf jeden Fall, Digger. Find ich cool. Also Kapital und wirklich rasiert. Millionär war solide, war jetzt auch nicht so schlecht, Digger. Man muss ehrlich sein an dieser Stelle, ne. Da hab ich schon viel, viel, viel schlechteres Songs für Millionär gehört. Millionär war solide, Digger. Man muss ehrlich sein. Joker, der war da. Der hatte seine Lines, der hat kurz rasiert auf Locker, ne. Ja, wir kacken in euer Mund und so. Ihr wisst selber. War nice.